Monte zieht 5000 Euro Messer CSGO. Guckt euch das an, das ist so frech. Vor allem, er scheißt sich dabei halt voll, ne? Digger, ich finde das auch einfach nur geil. Sascha hört sich einfach an wie so ein Hund. Kennt ihr das, wenn so ein kleiner Hund sich freut, wenn man nach Hause kommt? So ein richtig kleiner, hässlicher Scheißhund. Das ist so geil. Er ist einfach nur am Rumquiken. Ja, mit dem Schiss in der Büchse. Mit dem Schiss in der Büchse. Mit dem Schiss in der Büchse. Ja, Rubi. Digger, das ist halt so lucky, ne? Wisst ihr, was mich an seiner Stelle richtig abfacken würde, aber dass da Stat-Track drauf ist, weil das bremst. Erstens, der Preis sieht wirklich kacke aus. Ich hab grad gesagt, wir sind mit der Axt kurz vor dir, Mann. Bruder, das ist ja eine komplette, wirklich komplette Eskalation da. Ey, aber ich gönn's ihm vom Herz. Natürlich muss man halt auch so damit rechnen, oder man muss das Ganze auch so angehen. Der junge Mann hat halt faktisch, das passiert sehr viel in diesem Clip, ja. Der junge Mann hat halt faktisch 50.000 Euro investiert. Die Frage, die ich mir stelle, wie krass ist Monte dadurch ein Minus? Weil das macht er nicht plus. Klar, der Gewinn, das ist auch geil, gönn ich ihm von Herz. Aber der Junge hat halt, der Junge hat halt, äh, einen fucking Neuwagen mittlerweile vergambelt. 50k, 40k, safe nur mit Kisten. Sehr doll im Minus, mehr muss man nicht wissen. Ist der 40, 50k im Minus? Euro? Die pisst der doch. Ja, aber 40, 50k, Bruder, das ist wirklich viel Geld.